Wie war das? Du hast mich gehört. Ich brauche Eier. Schlangeneier. Die kleinen Scheißer gehen einfach nicht weg. Das Land ist mein Land. Ich war zuerst hier. Also wie gesagt, bring mir Schlangeneier und ich sorge dafür, dass sie nie wiederkommen. Schlangenärgern war nicht mein Plan für den heutigen Tag. Aber das lässt sich ja ändern. Eine Belohnung. Ja, ich verstehe, was du meinst. Bring mir die Eier, dann entlohne ich dich. Ja! Oh, mehr! Mehr Schlangeneier! Oh, das ist schon viel besser. Das wird langsam. Ja, ich spüre es. Mehr Eier! Mehr! Ja! Oh, ja! Ich wusste, ich würde es bereuen. Da kamen meine Innereien fast mit raus. Könnte ich nur sehen, was jetzt oben geschieht. Mein Lohn, bevor ich jämmerlich ersticke. Wie vereinbart. Und? Hast du nichts zu sagen zu diesem übermächtig abgelassenen Willen? Er war umwerfend. Ich bin ein Lohn, bevor ich mich nicht verlete.